Fast ein Jahr ist es jetzt her, dass ein unbekannter Bankräuber am Nachmittag des 24. Februars 2022 die Filiale der Kreissparkasse Reutlingen in der Gustav-Groß-Straße überfallen hat. Der Unbekannte erbeutete einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag. Das Polizeipräsidium Reutlingen teilt nun mit, dass der Fall am Mittwoch in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst präsentiert wird. Von der Ausstrahlung erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Beamtinnen und Beamte des Kriminalkommissariats Reutlingen nehmen am Sendetag unter der eingeblendeten Nummer Hinweise entgegen. Als Belohnung sind zudem 5000 Euro ausgesetzt.